Mein Chef Leonhard Weiss ist über meine Garage geflogen oder besser gesagt gefahren weil mit dem Heißluftballon fährt man ja und fliegt nicht so und von meinem Chef habe ich wegen diesem Bewerbungsvideo einen Kasten Bier bekommen und so einen Modellbagger den hier von mit Leonhard Weiss ein Modellbagger aus Blech, also aus Stahl also da freue ich mich absolut drüber weil der hat bestimmt erkannt dass ich im Herzen noch ein Kind geblieben bin ja und immer einen lockeren Spruch drauf habe so und heute möchte ich noch mein Liedchen singen das ich ab und zu auf der Baustelle singe wenn es draußen regnet und zwar die Regeltropfen wenn die Regen tropfen auf mein Schädel klopfen ja dann weiß ich ich sitz nicht im Auto wenn die Regen tropfen auf mein Schädel klopfen ja dann weiß ich ich steh nicht im Haus drin wenn die Regen tropfen auf mein Schädel klopfen ja dann weiß ich ich bin in der Natur wenn die Regen tropfen auf meinen und deinen Schädel klopfen ja dann härtet dich das ab und du bist wie der auf zack so habt ihr fleißig mitgesungen also das war's dann für heute wieder kurzes Video ade vasi euer T-Bone Outro